Wenn ich Madagaskar-Scheiße vom Happy Meal bekomme, obwohl wir langsam erwachsen sind, ja, oder die Chipmanns, wie alt bist du eigentlich, 15 oder 25, ja? Also er erpresst dich, weil er von dir irgendwelche Sachen haben will, wie eine Eisenbahn oder was war es, ein Happy Meal, oder? Ja, ja. Und was konkret vom Happy Meal wollte er haben, ich hab das nicht so verstanden. Ja, die Chipmanns, Madagaskar. Chipmanns 2, das ist der erste Teil, das ist von zwei Jahren. Natürlich, auch Chipmanns 2, klar, Chipmanns 2.